Hallo Leute, willkommen bei diesem Medieval Dynasty Tutorial Video. In diesem Video geht es um Heilpflanzen. Und zwar gibt es im Spiel zwei Heilpflanzen, die ziemlich durchschlagende Effekte haben. Am einfachsten zu erkennen ist das Johanniskraut. Das findet man im Frühjahr, Sommer und Herbst. Die andere Heilpflanze übrigens auch. Und ist erkennbar an den gelben Blüten und es wächst so mittelhoch. So ähnlich sieht das auch in echt aus. Und das kann man sammeln. Das wiegt nicht viel im Inventar, das ist ein Vorteil. Man kann das verkaufen, normalerweise für zwei Gold pro Stück. Das heißt, da kann man mit wenig Gewicht relativ gute Verdienste haben. Aber das Wichtigste ist, die Fähigkeit gegen Vergiftung zu helfen. Wenn man beispielsweise unreife Beeren gegessen hat oder rohes Fleisch. Nein, das ist hier eine Wegwarte. Das ist kein Johanniskraut. Man findet das Johanniskraut auf Wiesen und auch auf Lichtungen von Wäldern. So, jetzt haben wir hier so ziemlich alles abgegrast. Und ja, was auch giftig sein kann, sind giftige Pilze im Herbst. Nur manche Sorten. Und wenn man sich da vergiftet hat, kann man ein Johanniskraut essen und wird dann geheilt. So. Und dann gibt es noch den Breitwegerich. Der ist mindestens genauso wichtig, aber viel schwerer zu erkennen. Ich greife mir hier mal schnell den Stein. Sorry. So. Hier müsste es welche geben. Da man den so schlecht erkennen kann, ist es sehr nützlich, den Überlebenssinn zu haben. Den kriegt man, wenn man einiges gesammelt hat und verschiedene Überlebenskenntnisse erworben hat. Gehen wir mal mit Tab in das Menü bei den Fähigkeiten. Und das hier sind die Survival-Fähigkeiten. Und wenn man hier halt schon viel Johanniskraut und so weiter gesammelt hat und Beeren und Pilze und so, dann gewinnt man hier Talentpunkte. Und dann kann man sich diesen Überlebenssinn kaufen. Den habe ich gekauft. Und darum kann ich den auch nutzen. Den zeige ich euch jetzt mal. Wenn man jetzt die Alt-Taste drückt, dann sieht man in Gelb die Heilpflanzen. Da hinten. Das ist alles Breitwegerich. Ich gucke mal, ob wir hier auch... Da sieht man auch noch Johanniskraut und da ist auch Breitwegerich. Das strengt aber an. Und darum darf man das immer nur kurz machen. So. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. So. Hier hat er sich versteckt. Wir sehen ihn gar nicht. Aber wir wissen, es gibt hier mehrere. Und ich hoffe, dass wir gleich noch mal einen finden, den man schön sehen kann. So. Da gab es auch noch Johanniskraut. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Ich gucke noch mal. Da gab es welche. Manchmal sieht man den nämlich auch schön deutlich. Das Problem ist, dass der klein ist und relativ unauffällig. Ah, das ist da drüben. So. Ihr seht auch, wie nützlich dieser Sinn ist, um die zu finden. Da ist einer. Guckt da. Seht ihr es? Das ist so ein Ding mit einer Blattrosette und so bräunlichen Blütenstängeln. Gibt es auch in echt. Sieht auch so ähnlich aus. Im Sommer sind diese Blütenstängel eigentlich eher grün. Aber die werden dann so zum Spätsommer hin und so werden die dann bräunlich. Und der Breitwegerich ist eine kraftvolle Heilpflanze. Das heißt, wenn man vom Wolf gebissen wurde oder irgendwo runtergefallen wurde oder so, wenn man halt verletzt ist, dann muss man breitwegerich essen. Und jede breitwegerich Einnahme repariert einen, glaube ich, wieder zu 20%. Das kann man dann auch im Inventar sehen. Hier, mir geht es jetzt blendend. Ich habe 100% Gesundheit. Und aber wenn das unten ist, dann braucht man breitwegerich. Und hier findet man auch Info. Der wird hier jetzt breitblättriger wegerich genannt. Und er macht jedes Mal 10 Punkte Gesundheit mehr. Also wenn man fast tot ist, ich meine, bei 0 ist man ganz tot. Aber wenn man, sagen wir mal, nur noch 10 von 100 Punkten hat, muss man 9 breitwegerich essen, um wieder voll gesund zu sein. Das heißt, gerade Jäger und Abenteurer sollten bei jeder Gelegenheit breitwegerich sammeln und den auch nicht verkaufen, sondern dabei haben. Der wiegt auch nicht viel. Ich habe jetzt 25 und der wiegt hier gerade mal ein Viertel Kilo. Und das Johanniskraut ist hier. Das reduziert den Level der Vergiftung. Vergiftung sieht man hier. Und wenn man halt was Giftiges gegessen hat, dann hilft das dagegen. Momentan habe ich aber gar nichts Giftiges im Angebot. Es geht mir auch gut. Insofern kann ich euch diesen Effekt nicht zeigen. Aber es ist ja gut, das zu wissen. Und vor allem ist es gut, wie man den breitwegerich findet. Ja, weil der ist schwer zu erkennen. Diese Dinger sind es nämlich nicht. Sondern das mit diesen kleinen, braunen, länglichen Blütenstängeln. So, nochmal gucken. Gibt es da noch was? Ja, da gibt es noch ein bisschen was. Und wenn man sehr viel gesammelt hat, dann kann man die auch verkaufen. Gerade Johanniskraut. Da kommt man ständig dran vorbei. Und kann sich das dann einfach mal schnappen. Wiegt nicht. Selbst wenn man schon leicht überladen ist, kann man das noch mitnehmen. Und kriegt eben mehr dafür als für einen Stock. Ja, das war es zum Thema Heilpflanzen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.